Oh yeah! Aha! Hallo und herzlich willkommen, ich bin GüntherLP und das hier ist eine kleine Videoantwort auf GLP-GermanLet'sPlay. Der hat sich nämlich gefragt, wie gut die Leute tippen können. Und das mache ich einfach mal, indem ich hier einfach mal so näher das auswähle und dann einfach mal den Text, der da oben steht, einzippe. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der schnellste Ziffer, aber ich werde mein Bestes versuchen mit dem Adler-Augen-System. Sich dieses etwas dann gar an ihren... Oh Gott, mir diese... ...Heren... Oh Gott! Ich finde gleich ein Kollaps, ey! Ich mag das, ich so unter Zeitdruck! So, Jahre, egal, falsch, bam! Eben... ...und... ...her... ...ach ne... ...das Ding ist übrigens in der Beschreibung verlinkt, also... ...dieser... ...oh Gott! Welches... ...herren... ...oder... ...ich find's auch übrigens cool, dass immer die gleichen Worte kommen, ne? Ach... ...woah... ...woah... ...lieber... ...ne... ...soll... ...soll mein Sollzahlen... ...seite... ...wie... ...huhuhu... Vielleicht sollte ich das lieber nachkommendieren, ich glaub das ist ein bisschen besser... Ach Quatsch, ich zieh das hier so durch! Äh... ...und zwar... ...ö... Achso, wobei! Und? Wie gut war ich? Da! ...ja... ...meine WPM... ...oder APM... ...oder was auch immer... ...Wörter pro Minute liegt bei 35... ...äh... ...finde ich gar nicht so schlecht... ...Tastanschläge 192... ...äh... ...ist das pro Minute... ...ich denke mal schon... ...ah, ich hab sowieso ne 1 Minute gemacht, stimmt, deswegen ist das pro Minute... ...schau, und beim Tippen... ...schaffe ich 192... ...so gut wie möglich... ...und bei Starkhoffs, hier diesem lieben Fanspiel hier unten... ...das schaffe ich... ...wenn ich will... ...200... ...der... ...so... ...korrekte Wörter 34... ...und Falschwörter 2... ...hmm... ...so... ...du erreichst... ...173 Punkte... ...äh... ...73... ...ja... ...73 Punkte... ...und findest du dich auf Platz... ...3029... ...von... ...4087... ...auf der Angeliste... ...letzten... ...äh... ...letze 24 Stunden... ...yay... ...war ja eigentlich relativ erfolgreich, muss ich sagen... ...ne... ...ich hab mich jetzt gar nicht... ...so gut eingeschätzt... ...ich hab mich eher so auf den letzten Platz eingeschätzt... ...egal... ...äh... ...ich hoffe es hat euch gefallen... ...ich hab für German Let's Player das gesehen... ...und... ...wir sehen uns auch beim nächsten Mal... ...wenn es heißt... ...äh... ...keine Ahnung... ...gar nichts tun... ...haut rein...